Okay, pass auf dich auf! Ich? Du bist doch darauf getreten! Was? Pass auf mich auf! Da sind wir ja... Ich hoffe nicht, dass es was bringt. Ich muss doch auf den Boden gucken, ob da vielleicht irgendwo fallen sind. Bei den nächsten, wenn welche kommen. Da. Da. Guck mal, ob auf dem Boden irgendwas ist. Ja, ich gucke. Oder knall die mal wirklich ab, aber vielleicht irgendwie... Oder du musst es halt wirklich auslösen. Und dann zurück. Und das bringt auch nichts. Das gibt es doch nicht. Ja, dann musst du die auslösen. Mal. Die Auslöser genau in der Mitte. Oh, doch. Oh, weiter, 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 weiter. Die muss doch gestorben sein im Termin. Ist du okay? Die werden doch taub, ey! Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Ist das wirklich kürzer? Ja, ich bin vorausend. Ich möchte nur optimistisch sein, ey. Okay, dann müssen wir hier hoch, würde ich sagen. Verdammt. Was ist da? Noch so ein... Das sind die Füße, die ich bestahle oder so. Oder umgekehrt, die mich bestahlen. Das ist ein richtiger Kim, ey. Okay, Point of No Return wahrscheinlich. Ja, was haben wir hier? Aber durch was werden die ausgelöst, bitte? Ich weiß es. Die können ja nicht durch die Zauberei ausgelöst werden. Ach so, wenn sie da hingeht, ist okay. Ich verstehe das nicht. Das war wohl der Sinn des Ganzen. Okay. Dann gehen wir diesen Weg. Und wir hüpfen ins Wasser. Ins kühle, nasse Wasser. H2O. Explodieren, okay? Wie explodieren die denn bitte? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Alter. Oh, hier sind überall die scheiße Teile. Weg da! Alter! nicht diesen Treppen wenig hoch wieso ist da so eine Fackel das heißt das ist der richtige Weg das heißt der andere ist der falsche das heißt wir gehen in den anderen geile Logik viel mehr ist das nicht hier ist ein Schatz ich wusste es lohnt sich ein Becher wenigstens was nützliches ist das nicht so gut du 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 schade schade dass ich gerade die Gespräche nicht mehr mitbekommen warum möchte nur einen Knopf im Ohr haben ach so habe ich da eben erklärt ja aber das hast du doch vorher sind es auch immer gehört nein habe ich nicht aber diesmal ist es irgendwie häufiger ich habe wohl nicht richtig aufgepasst hier ist keine Spur auf uns her okay da runter nice wow alter 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 Ich weiß nicht, die Netzen haben irgendwie auch immer so 20, 21 Gebäude gehabt, aber irgendwie auch nicht mehr. Teilweise auch mehr. Ich seh da nix. Ich muss hinter diese Kisten. Ach, hier ist einer, Alter. Hey, was machst du? Ich muss Hilfe machen! Haben wir noch eine leere Flasche für Soda-Stream? Haben wir. Eine frische, meine ich. Ja, haben wir. In der Küche. Okay. Ich geh mir mal eben Wasser machen. Mit der Spule aus, muss meine Socke schön sein. Na, wie immer. Außer Spülen. Ich meinte eher die an der Mikrowelle. Er ist keiner an der Mikrowelle. Müsste! Nein! Das ist komisch. Die auf der Spüle ist, äh, recht wichtig. In der Küche. In der Küche. Alter, war das knapp. Ja, und bei dir steht eine, am Tisch steht eine, die voll ist. Ah, dann sind sie alle benutzt. Ja. Dann nimm doch die hier. Okay. Nee, da ist dann so, schon so Sirup-Beschmack. Dann ist das nicht ekelhaft. Das kann dann drinnen, wenn man ein bisschen ausspült. Nein, das... Trotzdem schmeckt dann der Rampe danach. Das ist nicht ekelhaft. Okay. Okay. Ja. Ja. Wie viele? viele Gegner kommen hier bin ich wieder schön dass du wieder da bist hat sie die weggefetzt wie das gerade aussieht das ist jetzt lustig ja ein bisschen das sieht aber ganz falsch aus oh ne Dings kommen nicht so super schön 15 gegen 85 Schuss alles klar kommen da jetzt noch welche oh nein das ist nicht gut nicht gut nicht gut wow ich brauche die Screenshot mit meinem Handy machen für diese Explosion hm jetzt müssen wir da runter das ist nicht ein bisschen tief das ist nicht gut ich kann sie ich kann sie wie er hört musste ich meinen Kaffee äh umrühren weil der Zucker sich nicht richtig lösen wollte umrühren jetzt schmeckt der Kaffee wenigstens gut was ist hier hinten über tausend Gänge vielleicht finde ich hier ja einen interessanten Hingau, okay, Sackassen das heißt wir müssen die Treppen da rucklaufen sollte machbar sein haste da ihre Chips Ketchup Chips die sind nicht nur für Kinder ähm, muss ich nicht lang ach, hier ist noch was was ein Gemetzel die veranstaltet haben selbst ein Kaffee um halb eins nachts jetzt weiß ich wieso ich immer lange wach bin mein Spaß bin auch so immer lange wach von daher morgen haben wir einiges vor wir müssen gestärkt sein eigentlich aber wir tun es nicht oh, ein Schlüssel Schlüssel sind immer gut lesen Leutnant ja, ist ja okay Leutnant Barton oder Barton ja, ist mir egal Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt wird er sicherlich verschwinden gemeinsam mit unserem Schatz dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel aber seid achtsam, Leutnant er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen um ihn in den Fluchtweg abzuschneiden falls Gott uns einen Sieg gewährt werden wir morgen bei Sonneaufgang wieder Piraten sein wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln mit dem Schatz in unserem Besitz dem Wind in unserem Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns liebt viel Glück Kapitän Thomas Tew Tew, 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 Tew oh, hier ist so ein Tod denen, die vom Weg abkommen das ist sehr interessant seit, nein, ich muss meinen Koffeinkonsum nicht drastisch reduzieren da ich sehr selten Koffeinkonsumiere nur alle paar Tage immer wieder ja, ja, ich will zurück man, man, man hol mal das scheiß Tagbuch nochmal aus tja, dieses Objekt bitte jetzt nochmal umdrehen naja, Totenkonsumiere